So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das U-Boot auch gerettet bekommen. Als erstes mal die Birne ab, dann Zündkerze rausnehmen, dann mal alles das Raussaugen und Wasser, das wir im Luftfilterkasten haben, das sieht nicht so schön aus leider. Grunderweise geht die Zündkerze auch extrem schwergängig. Scheinbar hat die doch wohl was angesaugt und was komprimiert. Na ja, hoffen wir mal das Beste. Die Däne ist jetzt ab. Es ist wohl relativ viel Wasser drin. Fühlt sich relativ schwer an, mal schauen. Nicht dein Ernst. David, was hast du gemacht? Zu heiß geworden ist auf jeden Fall nicht. Ne, es war eine schöne Abkühlung. So David, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, das Ding einmal die Birne abgenommen, die Zündkerze rausgenommen, das Ding auf den Kopf gedreht. Dann kam ich noch extra nicht viel Wasser raus. Jetzt bauen wir die Birne immer wieder dran und Zündkerze rein und hoffen, dass das Ding läuft. Ich drück dir die Daumen. Das Ding ist wo stablich. Das Ding ist gut. Das Ding ist los. Da. 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 Vielen Dank.